Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen folge von ETS heute geht die Tour von Berlin also nicht Berlin nach Berlin von Kiel nach Berlin und ja dann starten wir mal wir haben Leberwurst geladen Kiel nach Berlin Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und die nächste Tour von Hamburg nach Portugal machen wir mit dem MRN. So wie ich es verstanden habe von unserem lieben Chef, also Online-Chef kann man so nennen, virtuell in der Spiegelzoon. So wie ich es verstanden habe von unserem lieben Chef. Und um 12 Minuten und 14 Sekunden. Ich glaube, wir fahren mit der vierten Tour, morgen zwei Touren, heute nur drei Touren. Sozusagen. Und ja. So, wir müssen ja abbiegen, also machen wir es auch. Hier ist nur 80 erlaubt. Dann fahren wir auch nur 80. Ah. Egal. Noch nur 90 Kilometer. So. 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 Sooo, da sind wir schon fast im Ziel 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 Immer schön vorsichtig So Könnte ein bisschen laut werden, aber Egal So 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 der auftrag erfolgreich beendet und guckt bei rexify und gaming school auch vorbei ok dann bis zum nächsten mal